so es geht ja weiter hey leute und natürlich auch der stream denn diese videos sind stream war das ist ein wortwitz ist lustig ja sie haben ruhig ein bisschen nach rechts rücken oder bei euch nach links ist ist klasse ach ja diese komischen polo ringe polo ringe diese komische ringe das weiß ich nicht dass du musst dann so ein welt vom ja du ficker schade dass wir nicht tun können das würde ich so aus von 10 haben würde ich auch weil ich habe in magia jedes sind eigentlich magier aber je die er wurde mal der wehrheit spielen die ganzen schon hart hässlich auch nur mit mir wir brauchen jetzt weiß was gut ist als jenise nein ich mag es sein du fecker ja ich ficker so gut was musst du also ja wir folgen ich bin da aber richtig ist komischer was auch immer du bist das können auch machen können dass ich die ampel diese ampel in ampel gut wo bist du jetzt so will kann was ich in den dort gezogen und das ist nur eben ist ein astromech ich brauche ich nicht ja und ich bin auch für erst noch mal c3 pro eigentlich übersetzt also das ist ja ein protokoll rede der über das protokoll war es was drum wechseln cooler ja die können so und die können raumsschiffe pflegen ja ich finde die idee von 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 star wars fand ich verdammt cool dass man die so in die raumsschiffe rein packt das finde ich verdammt cool ja auch in der lego ausführung der bin ich eigentlich bin ich ob die wandern halt ja das ist noch mittel ist noch sehr jung eigentlich ja dafür gibt es auch eine partie habe ich habe wieder meinen bar und was du hast du nicht muss die alle hier machen warum eigentlich ich bin wieder da ja ich bin wieder super die werden uns alle vergasen das war anders das war anders und ich bin immer auch tot ja solche helfen dass du schneller bist ja sind keine kopfkriege ich komme jetzt gelassen muss ach so ich nicht so nicht so ich war dahin ist das warum macht das so was ich mache ein bisschen frech nein nicht dahin und schmuck in die ecke ich schmuck der schmuck richtiger schmuck bin ich komme jetzt da kommen jetzt und steig mich lang ja komm jetzt unglaublich und er ist nur am trödel ist der jungen spaß jetzt was hast du denn das ist ein ganzer jungen das ist so langsam so ob man da oben gibt es war kannst du nicht kriegen wo war das schwer alter ja ich gehe da alles klar alles klar anlassungen die dinger die schiener und ein bisschen frech ich könnte mal so machen hier das ding mal so auf weil da kannst du mal hier das ding die sport und die dinge da kann ich irgendwas machen vorhin hier und auch was mache ich dafür kriegt geld springen hier drin mal ein bisschen rum vielleicht gibt die man einfach die ganze küche aufräumen kann doch oder was ist das ist das für küche tanzen ja das ist typisch tanzen das klasse hier gibt es noch alles ja klasse soll schon immer machen für nichts jeden hebel das kann ich nur gerne ich bin gespannt ich bin gespannt dann kriegst du die minikette naja und das bringt mir was das ist ja klasse was man mich glücklich sagt was bildern und jetzt können wir das mal holen ja ich bin magier nebenan hier sind so versteckt auch gut ich bin ein schön für dich ich auch für mich die märkte immer hier in den möglichen zu Hause und dann kommen wir abbehalten der klettern der klettern schickte ja so nennt man gern oder das schickte zäckte wie ein weg und dann schickte das erinnert mich an die mission mit d'Aubour mit d'Aubour das erinnert mich ein bisschen dabei aber die ist auch nicht so leicht gewesen damals vor allem der wii hd warum sind die es mit der abfahrt die frage ist nun warum er sie nicht alle hintereinander platziert der spöße glaube ich mag reden das ist der rieger wagen und manchen zu machen wir können also das ist gemeint du musst dich jetzt machen ja gut und ich sage auch ich mache es bleibt alles so wie es ist ja jetzt habe doch die grauen läuft euer dank hier erwarten wir die brücke hier um nicht hier nur mach ich habe aufgeräumt wieder er hat es gelohnt hier und du hast kein schwanz doch wir haben gesehen warten und stolz auf dich du hast auch den namen leuchtenden bildung also achten für dich dahinter da war aber mir hat sogar ich verließe die dinge das geht ich habe auch keine münzen wenn ich das noch eigentlich voll die geile taktik ich glaube dass die ganze zeit aber du kommst du bist die ich glaube ich nehme die mal am eingang ja aber so geht es schneller wenn deutlich gut machen wir mal wie wärst denn wenn du mal hier arbeitest wie ich drehen sich zurück was auch zu leben und politiker mit hacken und machst du schon wo der knappe dem tipp gemacht der ganze arbeit ist voll klassisch ja ich schlag mit mikrofon ist ja mal so dass die leute ihr mikrofon schlagen aber es stimmt also schlagen die mikrofon kann ich den leben mal kurz also so pieks pieks was ich dafür wir könnten ja gleich gegen den django und dann kann ich den ein bisschen piksen kannst du das ja ich bin und je die redung mal ein bisschen abrufen da kann der ist gefägt doch also nicht ich erinnere mich dass ein boss kampf er ist schön so das ist das ist jango fett und es ist am oberfeld oberfeld ist der junge genau ich will jetzt zücken wenn ich schon aber geht es war mal richtig kacke alleine mit dem mpc das war doof weil du die ganze arbeit machen musstest nicht richtig kacke hier ist man schon öfters gestorben jetzt mal kommt es ist okay wenn der in der luft ist dann schießt okay ich glaube einfach wie sie da kam jetzt hier ich kämpfe in boba alter warum kann ich ja eigentlich nicht einfach mit der macht weg schützen was der klassiker du musst den kaputt machen ja ich war ich hatte unter dem video gesehen unter dem ersten part dass jemand meinten hey in der letzten episode hast du ja ich habe schon mal gedacht nein warum denkst du jetzt ja das sieht daran dass der junge tschau heißt aber sein spitzen bis hier ich habe nicht das von der schwärm ist nicht alle löser stehen auf frühen mit den bossen sind immer okay ja also der typ hast du einfach ja und manche leuten wissen das hat nicht und wenn man ja schon ich verstehe das nicht das ist kein stück dass ich schlage das hätte ich von drei seiten geschlossen ja geil weil ich da geht ab wenn du längst den ab ich muss nach dem stress der regeneriert oder geschlagen generierte zuschlagen schlagen drücken immer ich sehe schon immer mehr spaß ja es ist egal ich spüre die macht ich meine in der dritten episode oder 202 oder war es wieder da so schön läuft irgendwie nicht abkommen bis uns noch mal nicht nur rückstoß von rückstoßwaffe ja kinder können wir was lernen die haben von um die war also ich hätte da besser mit granaten müssen so ein bisschen und dann war es einfach haben jedi ist geraten das ist ja jetzt ein sensor aber wenn dann wenn die triebwerke kaputt gegangen wäre abgestürzt damit django fährt jetzt schon wieder aber der jedi will ja nicht tötet er will beseitigen weißt du wie die es so ich bin ja in barriere ich kann ja das war es mit dem achten mit der achten folge lego star wars die komplette sagen wir haben haufen steine wir haben auf mini kids 3 geilo 3 das ist die hälfte das waren zehn drei drei ist die hälfte tschüss ja aber wie dass die hälfte ziehen ist